Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tropico 6. Ich bin Dr. Wolfserz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. In dieser Folge möchte ich gerne die Roherzeugnisse ein bisschen erhöhen. Wir haben ja Eisen und dann haben wir hier Kohle. Das würde ich jetzt nicht unbedingt Erz nennen. Wir können aber noch ein paar andere Sachen abbauen. Per Mine. Ah gut, wir haben jetzt gerade leider gar kein Geld dafür, aber wir können schon mal nachsehen. Darung und Ressourcen, Bergwerk. Ja gut, wir können halt noch Gold. Gold wäre natürlich fantastisch. Nickel, Aluminium, Uran sehen wir glaube ich noch nicht. Aber das können wir alles noch abbauen. Und ich glaube Gold. Gold wäre toll. Wenn wir eine Goldmine hätten, kriegen wir viel Geld. Lass mal die Zeit mal ein bisschen vorlaufen. Oh, das sind... Oh, schau doch diese Exporte an. Jetzt sind sie gerade aufgeladen worden. 21.000. Das ist auf jeden Fall ordentlich. Und der Zucker hier, die 4.800 Einheiten, die werden gar nicht mitgenommen. Warum denn bloß nicht? Warum wird der Zucker nicht mitgenommen? Das irritiert mich jetzt, dass der Zucker hier in so hohen Charge noch am Hafen liegt und nicht abgeholt wird. Gut, es wird sich jetzt bald ändern. Wir werden den Zucker hier verarbeiten. Naja, dazu muss er erstmal hier raus. Weil eigentlich kann ich den Waren auch für den Export sperren. Waren und Preise. Zucker. Zucker wird gar nicht exportiert. Kann das wohl sein? Heißt das hier Export aus? Ich hab keine Ahnung warum. Zucker wird gar nicht exportiert und darum haben unsere... Ja, unsere Arbeiter hier immer... Obwohl 4.000 Einheiten sind jetzt hier. Sind denn jetzt 800 hier rübergebracht worden, oder was? Oder werden die gerade noch gebracht? Ja, da fällt gerade ein Auto rein. Hm, schwer zu sagen, ne? Da, da ist der Zucker angekommen. Die haben den von hier, von diesem Lager weggenommen. Und da er nicht auf Export steht, hat er sich hier gesammelt. Wahrscheinlich, weil die Rumdistillerie weg war. Jetzt haben wir wieder eine. Die zweite kommt gerade. Das würde es erklären. Aber wir werden Zucker weiterhin exportieren, was wir übrig haben. Muss man also auch noch drauf achten. Gut, aber sonst wird alles exportiert, was auch gut ist. Erstmal. Preis. Waffenrum. Hier, Gold. Rum bringt auch sehr viel. Zigarren gar nicht mal so viel. Aber es ist, denke ich, gut, dass wir eine zweite Rumdestillerie gebaut haben. Und vielleicht können wir da sogar noch ein bisschen was tun. Zuckerverbrauch verringert. Naja. Die Effizienz könnte man steigern um 20%. Das Gebäude braucht dann 30 Megawatt Strom. Jetzt müssen wir mal gucken, wie viel produzieren wir denn? 360. Wir haben noch 270 übrig. Also, ich sag mal... Das ließe sich machen. Ist da was? Das machen wir. So, zumindest bei der einen, ja. Für die zweite haben wir jetzt nicht mehr das Geld. Wir lassen jetzt erstmal wieder ein bisschen Exporte laufen. Da sind Zigarren. 800. Ist nicht viel, aber immerhin. Das macht sich aber gleich bemerkbar hier. Schaut euch das an. Richtig Geld rein. Dann werden wir hier den Arbeitsmodus auch noch das Upgrade machen. So, dann arbeiten jetzt beide mit elektrischen Destillierapparaten. Die Bildungsrate ist gestiegen auf 20%. Wir haben es geschafft. Wir haben es endlich geschafft. So, dann können wir doch jetzt vielleicht mal eine Botschaft bauen. Denn das haben wir hier auch schon länger stehen. Da gibt es auch nochmal ordentlich Geld für. Zumindest auf Schweizer Bankkonto. Was ja nützlich ist. Also, was kostet die Botschaft? Regierung. Regierung war ich schon drauf. Botschaft. Da. 5000. Na komm. Ja, da passt sie nicht hin. Dann kommt sie hier hin. Eine Botschaft. Und da laden wir die Achsenmächte ein. Ja. Bösen. Ich bin auch ein Schlingel, dass ich es gewagt habe, das hier zu machen. Ach, da haben wir so eine leere Stelle die ganze Zeit. Und so ein kleiner Park geht immer. Ja. Ich bin auch ein Schlingel. Das macht sie doch ganz gut hier. So, die Botschaft wird gebaut. Ja, wir laden natürlich dann die Achsenmächte ein. Dann haben wir den Auftrag erledigt. Und wir nehmen hier das Geld für das Schweizer Bankkonto. Auch weil wir gerade wenig Geld haben. Aber das kommt wieder durch die Exporte. Es hat auch wieder Rum dabei. Sehr schön. Da. Es wird schon wieder. Ach, da brennt es gerade mal wieder. Boah, wie viele Zigarren hier warten. Wahnsinn. Baumwolle. Fälle. Zucker. Wir nehmen den Ruf bei den Religiösen. Holt doch mal die Zigarren ab. Die können wir doch jetzt echt gut verkaufen. Da kommt ja gerade der Frachter auch. Na ja. Das wird dann nicht so viel sein. Aber immerhin der ganze Zucker ist beim letzten Mal abgeholt worden. Der fährt auch langsam, mein lieber Schwan. Was ist denn mit dem los? Ah, und eine weitere Handelsroute aber auch fertig. Die Konserven. Na, dann sollten wir vielleicht nochmal eine neue aktivieren. Schauen wir erstmal nach den Exporten. So, für Baumwolle kriegen wir auch. Für Käse. Das machen wir gar nicht. Tabak. Boah, plus 72%. Das ärgert mich halt, weil wir den Tabak ja eigentlich schon weiterverarbeiten. Aber 72% über Standard, das lassen wir uns dann auch nicht entgehen. Da machen wir nochmal einen richtig schönen langen Vertrag drüber. Und Baumwolle nehmen wir auch nochmal auf so einen dicken. 27.000er. Oh, was? Keine freie Handelslizenz? Da läuft noch eine. Moment. Ach, wir haben noch Eisen. Und Kohle auch. Haben wir auch noch laufen. Ah, die werden auch noch ein bisschen dauern. Okay. Ja, vielleicht haben wir jetzt genug Geld. Politik. Achsenmächte. Beziehung. Loben. Ach, schau mal. Unsere Beziehung ist über 100. Also fantastisch. Wir könnten über, wir könnten um finanzielle Unterstützung bitten, dass die Beziehung etwas beeinflusst. Aber wir tun so viel für die. Die steigt eh ständig wieder. Wir machen das mal. Und äh, bin sicher, dass wir die dann auch kriegen. Aber wir haben sie schon bekommen. Dann bauen wir jetzt nämlich eine Kohle, äh, eine Goldmine. Ich hoffe, dass wir eine haben. Bergwerk. Gold. Raussummen. Ach ja, hier ist Gold. Da ist auch Gold. Können zwei sogar bauen. Drei. Vier. Fünf. Also, ich würde sagen, wir nehmen diese hier. Die ist vom Standort schön gelegen. Ich würde sagen, wir nehmen diese hier. Das machen wir aber nicht. So, Broker. Wir haben ein bisschen Geld bekommen. Wir wollen hier noch einen Platz freischalten, haben wir gesagt. Da haben wir noch Aktiv-Fisch herstellen. Und da werden wir dann wohl bald eine neue Anfrage bekommen. Wollen Sie hier an irgendetwas interessiert? Alles völlig legal. Natürlich. Blaupause für Universität, die sonst 6.000 Dollar kostet. Hier für 3.000 von unserem Schweizer Nummernkonto. Kirmespeer. Überzeugendes Gespräch. Ne, wir lassen das erstmal alles. Ich möchte jetzt erstmal die Goldmine haben. Und gucken, dass wir hier noch durch Goldexport ordentlich Geld machen. Darf ich kurz durch, bitte? So, Forschung abgeschlossen. Polizeiwache. Da wollte ich jetzt mal dann schauen, was wir für neue Modi haben. Ich mache immer gerne Geschäfte mit. Fisch herstellen. Auch abgeschlossen. So, Schützen und Dienen. Jetzt haben wir Leben und Leben lassen. Jeder verhaftete Kriminelle fügt ihrem Schweizer Nummernkonto 50 hinzu. Die Sicherheit der Polizei. Der Polizei wird um 20 verringert. Die Häuser von Mitarbeitern erhöhen die Sicherheit. Sinkt die Arbeitsqualität um 10. Ne, wir lassen das so. Da ist die Goldmine. Endlich. Was können wir hier verbessern, damit es besser wird? Kanarienvogel für weniger Brandrisiko. Das machen wir auf jeden Fall. Und den Rest gibt es leider erst im Kalten Krieg. Beziehungsweise der modernen. Aber Kanarienvogel ist ja schon mal was. Ist übrigens nicht an den Haaren herbeigezogen. Auch wenn es da keine Kanarienvogel waren, sind in Bergwerken immer schon Vögel zum Einsatz gekommen, die sofort auf ausströmende Gase reagiert haben und die Bergleute dann entsprechend alarmierten. Wenn der Vogel plötzlich tot im Käfig lag, dann hieß es, alle Mann raus aus dem Schacht. Hier ist nicht mehr lange Luft oder gute Luft für uns. So, hier sind schon wieder 1400 Zigarren oder immer noch. Ich weiß gar nicht, ob es schon unbedingt die Zigarren rüberkriegen. Ist das nicht richtig angeschlossen hier? Können wir hier eigentlich auch noch was verbessern? Ja, die Effizienz um 2% erhöhen. 20% erhöhen, das machen wir. Für 6000. Zwei offene Stellen werden dann entfernt. Dann gibt es halt noch mehr Zigarren. Aber das ist wunderbar. Ich glaube, hier könnten wir jetzt noch mal ein paar Häuser gebrauchen. Da ist auch voll. Das heißt, eine zweite Taverne. Hier ist ein Hafen-Kaschemmer. Okay. Immer noch keine Zigarren im Output hier. Ich glaube, ich muss auch noch mal schauen, ob die vielleicht vom Handel ausgeschlossen sind. Glaube ich aber nicht. Ich hatte ja eigentlich drüber geguckt und überall waren die Haken drin. Und Zigarren sind erst einmal mit einer alphabetischen Sortierung. Da. Sind drin. Sind im Export. Und dann. Brauchen wir denn noch mehr Transportbüros? Ist es vielleicht die Möglichkeit? Gibt es denn keine Übersicht, der ich das sehen kann? Gebäudeliste. Politik, Wirtschaft. Übersicht. Info-Raster. Nicht wirklich. Nein, das hilft uns momentan nicht. Hier ist auch noch kein Gold. Ich denke, wir brauchen auch noch wieder mehr Busstationen. Beziehungsweise mich irritiert hat wirklich, dass es hier nur eine Möglichkeit gibt. Wie viele Busstationen muss ich jetzt bauen? Für jeden Bezirk, wo die Leute hinfahren wollen, einen? Das macht doch gar keinen Sinn. Das bleibt halt wirklich dabei. Das verstehe ich wirklich nicht. Ich möchte Sie jetzt nicht beunruhigen. Stahl. Haben wir leider nicht. Einige sagen, das Vaterland sei unvollkommen, solange unbesiegte Nationen existieren. Verlängern Sie Ihre Unabhängigkeit, Präsidente, indem Sie meinen Forderungen gerecht werden. Hm. Überfallbeute abschließen. Können wir ja mal machen. Hm. Ist es egal, welche wir nehmen. Nehmen wir Kaffee, Mais und Gold. Und danach wieder unsere Schatzjagd. Hoppla. So. Okay. Ich würde jetzt gerne das erste Gold hier sehen. Das dürfte wieder einiges an Geld bringen. Jawohl. 34.000. Und direkt davor nochmal 25.000. Waren das denn jetzt... Das hat auf jeden Fall ordentlich Geld gebracht. So. Dann können wir über die Veredelung weiterer... Präsidente, ich bin inspiriert. Ich habe das Problem des Kapitalismus gelöst. So. Also noch ein Transportbüro bauen. Ich nehme es an. Ich wollte es ja eh. Und ich mache es jetzt auch. Nachunterverkehr und Infrastruktur. Einfach noch ein Transportbüro. So. Und ich möchte noch weitere Ressourcen verarbeiten. Und zwar Industrie. In der Industrie. Wir haben eine Zigarrenfabrik. Wir haben... Wir können noch ein Stahlwerk bauen. Da gibt es aus Kohle und Eisen dann Stahl. Oder Wolle oder Baumwolle zu Stoff in der Textilfabrik geht auch. Wir nehmen mal das. Und zwar sie aber auch einfach auf die Musik. Und zwar auch sie vorestens vor dem Und zwar nicht, sondern die Nachdenkug. Aber dann können wir zwei Zeit ja ich mache an. Und zwar auch hier die Nachdenkug. Aber dann müssen wir sie jetzt selbst erstellen. Und zwar nicht, dann würde ich diese Nachdenkug. Schaden. Weil das ist halt so sehr schön. Und zwar auch nicht mehr. Und zwar auch nicht mehr. So, ein paar Häuser für die gut situierten Leute hier, etwas außerhalb der Stadt, nicht zu nah an der Luftverschmutzung, hoffe ich. Hoffe ich, äh, in der Tat. So, passt das noch dahin? Ja, wunderbar. Dann bauen wir hier unten weitere Baracken. Dann werde ich hier wieder Platz kriegen für die etwas besseren Häuser. Okay, und dann soll das für diese Folge doch erstmal genug gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es geht ganz langsam vorwärts. Es soll ja auch gemütlich bleiben. Und ich hoffe, dass wir bald die ersten Gold-Exporte haben, weil, wie gesagt, das bringt wirklich viel Geld. Mich wundert halt, dass immer noch keine Zigarren hier angekommen sind. Und Rum ist irgendwie auch ein bisschen wenig. Dabei liegt hier so viel an Lager. Da kommen auch wieder noch Baumwolle rüber. Da kommt Zigarren. Da kommen tatsächlich mal Zigarren. Aber es sind halt auch noch so viele da. Gut. Ich denke, die werden halt auch intern verkauft. Das heißt, hier auf diesen Märkten, also in diesen kleinen Läden, gehen die mit Sicherheit auch weg. Mal schauen. Also Rum wird hier auf jeden Fall verkauft. Zigarren sind da jetzt nicht dabei. Jetzt können wir mal bei dem anderen Markt schauen. Einen haben wir ja noch irgendwo da. Naja, gut. Da ist jetzt aber auch nichts davon zu sehen. Gut. Wir werden es sehen. Wir müssen es im Auge behalten. Und dann mal schauen. Vielleicht müssen wir auch einfach noch eine zweite Fabrik bauen. Noch mehr Transportbüros. Und vielleicht doch lieber hier produzieren, an dieser Küste. und das hier näher beim Hafen haben. Oder vielleicht eine zweite Hafenanlage bauen. Geht das überhaupt? Wir werden es sehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Alles Gute. Bleibt gesund. Euer Dr. Wolfserz. Ciao. Ciao.